Maybe, you should pull the fucking trigger. Und ein Vibe, das gerne PS3 oder PC zockt. Ja, wie man das schon gehört hat, ich bin ein Vibe, das zockt und kommentiert. Und bin vor zwei Wochen ungefähr VP gejoint. Er hat dann am Donnerstag immer meine Kommentare sucht. Und ja Leute, also ich bin 15 Jahre alt, wie gesagt, besuche eine Gesamtschule in der 10. Klasse. Mach meinen Hauptschulabschluss live bei mir. Aber mach man auf jeden Fall dann mal Realschluss nach. Und mein Fachabit natürlich auch noch muss so. Ja, so wie kam ich überhaupt zum Zocken? Fragen Sie wahrscheinlich jetzt gerade manche. Ich habe früher mal auf der Gameview auch gezockt, so Mario Fußball, dieses Dingens da. Keine Ahnung, wie das genau heißt. Und habe dann bei meinen Stielbrüdern gesehen, okay, die zocken auch. Die zocken PS2. Finde ich recht nice. Da dachte ich mir so, okay, gänntest du einfach mal eine PS3, wo sie rauskam. So habe ich mir auch zu Weihnachten eine gewünscht. Habe auch eine bekommen, plus das Spiel Flashpoint. Dieses Spiel ist echt beschissen. Kann man einfach nichts anderes zu sagen, weil das Spiel macht einfach keinen Sinn, ja. Aber ist auch egal, wie ihr verbrannt und zerbrochen. Juckt eben niemanden. So, ja, ich hätte schon mal ein VP-Bewerbungsvideo gemacht. Aber das wird jetzt auf dem Kleine nicht hochgeladen, weil die Bewerbung druckt ja eigentlich keinen. Von daher, ich mache hier ein kleines Vorstellungsvideo von mir. Ja, also wer aber die Bewerbungsvideo, alles klar, das Bewerbungsvideo sehen möchte, einfach auf meinem Kanal vorbeischauen. Der wird unten aber schon verlinkt sein, mein Kanal. Ich mache auch YouTube. Ich mache COD, CSGO, Minecraft, aber hauptsächlich eigentlich COD, COD, Commentaries oder Lives. Commentaries, wenn dann Bio 3 rauskommt, werde ich auch live kommentieren. Ja, eigentlich, das war's. Eigentlich, das war's von mir. Im Hintergrund weiß ich nicht, was ihr da jetzt genau sehen werdet. Irgendein kurzes Scant auf jeden Fall. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, haut da raus. Lasst ein Like, der Guck und wir schreiben, abonniert mich, wenn ihr meine Videos sehen wollt. Bis zum nächsten Mal, Leute, haut da raus. Und ciao.